Wo wär' ich nun? Wo wär' ich ohne dich? Wer weiß... Ah, hey Sascha! Das Wichtigste, du bist das Wichtigste für mich. Vielleicht hält das ewig hier, das mit dir und mir. Wer weiß das schon, ich stell's mir vor. Ich wünsch es mir. Klapp dreimal auf heute. Wie geil! Komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon... Du fängst mich ein Warte mal Dankeschön Wir müssen echt aufpassen, was wir sagen über das Lied Der alte ist da, genau Wir wollen gerade sagen, cooler Typ Merkwürdiger Song, noch nie in meinem Leben gehört Aber irgendwie viel geiler als das Original Sascha, willst du zu uns kommen? Sascha, komm noch her Schönen guten Abend, Sebastian Geil gemacht, oder? Nochmal fetten Applaus für Sebastian Willst du dich wieder auf deinen alten Platz setzen? Aber er hat ja bald sogar einen neuen Platz Sascha ist ja bald auch bei den Seniors Coach So ein Doppelstuhl? Auch schön Er hat was, ne? Aber erzähl doch erstmal ein bisschen von dir, Sebastian Wo kommst du her? Wie alt bist du? Ich bin 33 Jahre alt, ich komme aus Berlin Ich bin stolzer Familienvater Und ja, das ist eigentlich alles, was wichtig ist Deine Stimme hat mich ein bisschen an den Sänger von AHA erinnert Und das auf Deutsch zu hören war total schön Ich bin nicht so der große Ich bin nicht so der große deutschsprachige Coach sozusagen Aber du bist bei Marc oder den Phantas sicher gut aufgehoben Machst du das hobbymäßig singen? Oder eigentlich gar nicht und hast gedacht Gehst du mal zu Voice of Germany und testest deine Stimme? Also ich bin eigentlich Polizeibeamter Oh Oh Das ist ein Betrüger möchte ich nur kurz sagen Ich muss mal kurz schnell was weg tun Absoluter Betrüger, Gangster, Gauner, Scharlatan, Simulant Also zack, alle weg Alle sofort zucken zusammen Also Herr Käpt'n, ähm, äh, Officer Ich arbeite im Landeskriminalamt Und bin der Ansprechperson für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen in Berlin Also nix mit Betäubungsmittel Okay Gut Ausweis auf den Tisch Ich komm mal zu dir Aber wir schieben das jetzt mal alles zur Seite Sebastian, heute bist du für uns Sänger In erster Linie Das andere spielt jetzt erstmal nur zweitrangig eine Rolle Ja Du hast ja einen Song von Sascha gesungen, ne? Wenn du jetzt, sagen wir mal kurz nach links guckst Wer steht da? Sascha Und Sascha, was hast du in deiner rechten Hand? Ein Mikrofon Weißt du, wo ich hinführen will? Okay, okay Okay Oh, du bist ganz glücklich, ne? Ja Wo wär ich nur Wo wär ich ohne dich Vielleicht Hält das ewig hier Das mit dir und mir Wer weiß das schon Ich stell's mir vor Ich wünsch es mir Klopf dreimal auf Holz Yes Immer wenn ich abdreh Und immer wenn ich abdreh Kommst du und fängst mich ein Du fängst mich ein Du fängst mich ein Du fängst mich ein Ja, hey, ja, Mann! Ja 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 Vielen Dank.